Hallo, mein Name ist Daniel Lombeer. Ich biete seit 1994 Kurse und Repetitorien im wirtschaftswissenschaftlichen Bereich an. Was können wir für Sie als angehende Bilanzbuchhalter tun? Wir haben Kurse für Teil A, Teil B und Teil C im Angebot, die Sie auf Ihre Bilanzbuchhalterprüfung vorbereiten. Zunächst einmal den Fernkurs. Fernkurs bedeutet bei uns über ein Jahr, das heißt kompakt und kurz und knapp. Ich habe das Ganze nicht zu lang gemacht, sondern möchte das auf einen kurzen, knappen Zeitraum reduzieren. Im Fernkurs schicken wir Ihnen die Unterlagen zu, Sie bearbeiten Einsenderaufgaben, schicken Sie sie zurück. Wir gucken, damit Sie den Lernerfolg haben, schicken wir Ihnen die Aufgaben gelöst und mit Musterlösungen zurück. Kurz vor Ihren Prüfungen zu Teil A, zu Teil B und zu Teil C haben wir dann Präsenzwochenenden dabei. Als Teil, als Teilpunkt, als Programmpunkt des Fernkurses. Um also zu gucken, um Sie nicht alleine zu lassen mit den Kursunterlagen zu Hause, sondern um natürlich Sie zu integrieren und Sie kurz vor Ihrer Prüfung nochmal zu motivieren. Das ist das eine Fernkurs. Das nächste, was wir für Sie tun können, sind Crashkurse. Kurz vor der Prüfung, im März und im September vor der Prüfung, dass wir Sie nochmal entsprechend fit machen für Kostenrechnung und Finanzwirtschaft, Teil A. Für Buchführung, Steuern, internationale Buchführung und Berichterstattung, Teil B. Crashkurs bedeutet also, sei es als Präsenz oder als Onlinekurs, dass wir hier kurz vor der Prüfung, wenn Sie schon viel wissen, das Wissen aber noch geordnet werden muss im Kopf, im Gehirn, dann nochmal Sie auf die Prüfung hin vorbereiten. Das Ganze als Präsenzveranstaltung, das Ganze aber auch als Onlineveranstaltung. Online, das bringt der technische Fortschritt so mit sich, bedeutet, dass Sie zu Hause sitzen, entspannt vor Ihrem Computer, relativ entspannt, so man entspannt sein kann mit dem ganzen Stoff. Der Bilanzbuch hat da Prüfung. Und Ihr Dozent aber nicht bei Ihnen sitzt oder Sie nicht bei ihm, sondern hunderte von Kilometern entfernt vor seinem Laptop, vor seinem PC auf diesem Schreibt. Das heißt, Sie sehen das, was Ihr Dozent schreibt. Sie kommunizieren mündlich über Telefon bzw. Skype. Das bedeutet, und das wäre das Dritte, was wir für Sie im Angebot haben, Gruppen- und Einzelunterricht als Onlineunterricht. Der Einzel-, genauer gesagt auch Zweierunterricht, bereitet Sie ganz individuell vor. Sie haben spezielle Fragen, zwei Wochen vor der Prüfung, eine Woche vor der Prüfung. Und zwar spezielle Fragen nicht zu einem speziellen Fach, sondern zu einer ganz konkreten Veranstaltung. Meinetwegen die Bewertung als Teil der Buchführung. Meinetwegen hier die Produktionsprogrammplanung, Teil A, Kostenrechnung. Dann können wir möglicherweise für Sie dort oder bestimmt, bei solchen Themen bestimmt, bei anderen vielleicht, müssen wir gucken, ob wir da was haben, einen Online-Einzelunterricht, einen Online-Zweierunterricht für Sie durchführen. Schließlich noch können wir Ihnen anbieten, Skripte. Skripte in unserem Online-Shop zu allem, was das Bilanzbuchhalterherz begehrt, nämlich Teil A, Kostenrechnung und Finanzwirtschaft und die vier Fächer des Teils B, separiert auf die einzelnen Fächer, aufgeteilt auf die einzelnen Kurseinheiten, die Sie hier zu Ihrer Bilanzbuchhalterprüfung benötigen. Das wären die Sachen, die wir für Sie im Angebot haben. Wir haben das Ganze ein bisschen aufgepäppelt mit noch fachlichen Videos dazu auf unserer Homepage. Schauen Sie sich das Ganze an. Viel Spaß bei der Vorbereitung und viel Erfolg in der nächsten Prüfung. Bis dahin.